Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Nightingale mit eurem Eric Viking, Sonne und dem Grandelbad. Was war das für ein Rätsel gestern? Ey, ich bin fast verzweifelt. Das war das Schandfleck überhaupt. Also das war ja Wahnsinn, oder? Sieben Stück, jetzt siehst du erstmal, wie schwer die Rätsel werden. Und jetzt müssen wir natürlich hier rüber zur zweiten Besetzung. Und die ist aber nicht da, wo ich hin will, sondern die ist eigentlich da oben. Die scheint da oben zu sein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da hochkommen. Gehen wir über den Berg. Ja, oder? Wir können auch klettern. Wir kommen da hoch. Dann sehe ich schon auf jeden Fall, dass wir da hochkommen. So, ich habe auch nur noch ein paar Steine mitgenommen. Mehr eigentlich nicht. Die Wölfe habe ich liegen lassen. Ich brauche das jetzt nicht ungefähr. Klar, natürlich könnten wir es für Essenzen wieder klein machen. Aber ich möchte das heute eigentlich so gut wie abschließen. Wenn wir heute 200 Essenzen haben, reicht das, um erstmal alles aufzuwerten. Und wenn, können wir ja immer wieder hier zurück. Weil wir haben ja immer wieder diese Karte. Guckst du da jetzt echt nicht hoch, Alter? Junge. Mach langsam, ne? Denk dran. Sturz und so. Ja, ja. Vor Pennen muss er dann auch bald. Wir haben jetzt lang dafür gebraucht, aber wir sind oben. Alles super. So, jetzt gucken wir mal, wo die nächste Besetzung ist. Ist das das hier oben? Kann ich mir so gar nicht vorstellen. Wir gucken nochmal kurz. Es wäre jetzt da drüben. So, dann gucken wir mal. Also das ist der Turm der Schande. Ich nenne den jetzt einfach so. Das hat ja so lange gedauert. So, da hier ist die Besetzung. Verscheine. Ja. Hi. Dann werden wir das Ganze mal befreien. Jetzt hier. Die nächste Dissenzen holen. Sehr gut, mein Granto. Das können wir auf jeden Fall. So. Also wie viel hat man jetzt? Ich will es nochmal kontrollieren, weil hier kriegt man anscheinend nicht so viel raus. Das ist 94. Ich glaube, wir kriegen hier gar nichts mehr raus, oder? 108. Das ist nicht viel, was wir hier kriegen. Das ist leider echt so. Aber das muss halt, ne? So, das haben wir noch nicht entdeckt. Wie sieht es hier oben aus? Nicht entdeckt, nicht entdeckt, nicht entdeckt. Das ist ein Dreier-Kombo. Und eine Verteidigungsbase. Dann gehen wir jetzt genau da hin. Ich glaube, wenn wir mal das dann haben, dann sind wir bereit, hier wirklich das Land echt zu verlassen. Nach Hause zu kehren. Und dann morgen in der Folge eventuell abzugraden. Aber vielleicht sollte man einfach nochmal heute nur ein bisschen hier bleiben. Weißt du, es wäre jetzt blödsinnig, dann das, was wir hier noch erreichen könnten, gar nicht mitzunehmen. Das kann man hier. Das ist einfach nur ein Monument. Okay, das ist der Blaue. Und das eine Vieh will ich ja nochmal gerne sehen, ne? Oh, wow. Das habe ich ja wieder voll vergessen. Dass das hier geht. Guck dir das an! Wie gut ist denn das bitte? Oder geht das nur, weil er hier in der Nähe ist? Boah, das sind zwei. Oh, mach keinen Stress jetzt hier, ne? Stimmt, wir hatten ja hier... Oh, da muss ich aber kurz rein. Wir hatten ja hier auch noch eine Aufgabe. Hi, ihr zwei. Hier war ja... Stimmt, hier war ja auch noch eine Aufgabe. Lass mich nochmal kurz gucken. Andere überleben verteidigen. In einem nahegelegenen Viehbauwerk ist eine Hoffnungsecho eingeschlossen. Überlebende Personen benötigen ihre Hilfe. Bei den Verteidigungen eines Extra-Extraktionsgeräts, mit dem die Hoffnungsecho befreit werden kann, schützen sie das Extraktionsgerät gegen alle Angriffswellen. Also gut, schreiten wir zur Tat. Oh, das geht jetzt hier los, oder was? Äh, gut, Püppi. Ah, da kommen sie. Kommen sie hier auf mich zu? Ne, ne? Das war ja natürlich klar, dass sie jetzt hier kommen. Wo sind sie? Die Raten! Habt ihr gut gemacht, Mädels? Eine von euch nehme ich mit, wenn das geht. Kommt noch mehr. Ich will nur gucken, von wo sie kommen. Von rechts. Alter, wie da drauf rumgeknüppelt wird. Ich lieb's ja. Haben wir's geschafft, oder? Ne. Oh, das ist ja jetzt uncool. Wird jetzt wo seid ihr? Haben wir's geschafft? Haben wir's geschafft? Doch, wir haben's geschafft. Wow. Sehr, sehr nice. 100 Ruhe hier. Jawoll. K1 Essenzen. Oh, wie gut ist das denn, bitte, Leute? Jetzt haben wir aber einiges schon mal am Start, oder? Ja, 166. Jetzt guck ich mal. Rekrutierbar die May. Könnte man mitnehmen. Oder Julius. Julius oder May. Ich würd sagen, wir nehmen die May mit. May, kommst du mit? Ja, ne? Vielleicht kann ich auch beide rekrutieren. Kann ich dich auch rekrutieren? Ach, schade. Einen nur. Können wir die May mit. Kann ich mal deine Stats sehen? 35er Stats. Das ist natürlich gut, ne? May, willkommen in der Truppe. Gefällt mir gut. Hammer abgeschlossen. Das war die Verteidigungslinie, oder? Ja, dann geht's jetzt hier zur Besetzung. Alter, haben wir die May mitgekriegt. Das ist doch super. Wie sieht's reparaturmäßig aus? Das haben wir. Das extrahiere ich jetzt mal schnell. Alles, was jetzt so nicht nötig ist, würde ich jetzt gerne erstmal weg extrahieren. Schwarzpulver und so nehme ich mit. Äste und so weiter kriegt man immer wieder. Die Steine auch. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Flaschen und so weiter brauchen wir jetzt nicht extrahieren. Bell und so weiter. Die Docht-Geschichten. Das extrahiere ich. Einfach upzala. Sag mal. So, jetzt aber, ne? Okay, dann haben wir wieder ein bisschen was gewonnen. So, May. Komm, weiter geht's. Hier ist noch einiges in der Besetzung drin, ne? Wenn ich überladen bin, kann ich der May ja auf jeden Fall was mitgeben. Ich denke mal, hier wird gleich jetzt was passieren, oder? Ne. Ach, hier. Ich habe jetzt aber auf euch jetzt gar keinen Bock, hier. Oh, ne Püppele. Ein kleines. Wo ist es denn hier? Ich denke, hier ist alles besetzt. Ne. Das ist mir jetzt aber nicht von den Schweinen besetzt, oder? Ist es das auch das hier? Besiegen sie die feindliche Kreaturen, die diesen Ort? Jetzt wird er jetzt nicht erzählen, dass das die Schweine hier sind, oder? Wie sie halt einfach schon wieder Bäume fällt. Aber das ist ganz gut, wir brauchen Bäume, May. Ja. Achso, den nimmst du nicht mit. Ja, Püppi, du kannst dich aber auch mitnehmen, weißt du? Ja. Habe ich dir die gegeben? Weil ich brauche sie jetzt erstmal nicht. Übertragen. Und, äh. Wie viel Gewicht kannst du denn tragen? Kapazität, okay. Die können wir einfach nur voll machen. Das ist natürlich super. Ja. Die hat kein So-Gewicht, sondern die können wir einfach mitnehmen. Jetzt fängt es dann noch an zu schnitzen, ey. Ah ja, naja, ist doch nicht schlimm. Aber das ist doch schon mal gut. Ja, aber die Besetzung. Was ist los hier? Wo sind die Feinde? Die hätte ich dann aber jetzt schon gerne noch. Das klingt sehr banal. Was ist denn das da unten? Das ist der Turm, ne? Der Viehturm, ja. Also hier ist irgendwie... Keine Besetzung im Gange. Ach, hier drin? Ja, oh mein Gott, ey. Leute. Alles klar. Oh, was haben wir hier? Ja, ja, jetzt geht's los. Was haben wir hier? Wir müssen definitiv noch zum Händler, bevor man rausgeht. Wir müssen runter. May, bist du da? Was ist die May? Hier gibt es so viel Material, was wir... Da ist sie doch. Was wir brauchen. May, wir müssen ja runter jetzt, ne? Müppi. Ich muss essen. Die machen ja Stress hier unten ohne Ende, oder? Da kommen sie. Ja, wohl, May. Immer drauf jetzt auf den Lachs hier. Von hinten. Kannst du mal schön knicken, Freund, Lase, hier. Wo? Ah, May. Weißt du, Grandel? Wir könnten Stun looten, wenn das hier auch erledigt ist. Ich glaube, wir haben es noch nicht. Ja, das sind einige, ne? Das waren drei Kammern oder so. Aber die May macht gut mit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, ey, ohne Scheiß. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine Kammer war oder zwei. Ich nut das nur jetzt kurz hier. Das darf ich nicht haben. Das ist natürlich eine Frechheit. Was ist denn das hier? Das kann ich doch aber abbauen. Schwefel, Leute. Boah, das nehme ich aber jetzt auf jeden Fall mit. Weil. Ich kann mir fast vorstellen, dass wir den Schwefel definitiv bald brauchen werden. Allein für Schießpulver. Es regnet hier rein, kann das sein? Oder ist das eine Dropsteinhöhle hier? Boah, das ist ein super geiles Gebäude. Guck dir das an hier. Scheint das erste Echo gewesen zu sein. Die kriege ich nicht, schade. Aber Schwefel nehme ich gerne mit. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Denn hier ist Ende. Gut, wir haben die erste Kammer gefunden. Wir werden jetzt dann aber da oben irgendwo hin müssen. Wir sind auf jeden Fall drei Stück. War es die zweite? Wie wäre ich hier runtergekommen? Sehe ich bis jetzt nicht. So. Nächstes Echo. War es so ein geiles Spiel. Es ist wirklich so ein geiles Spiel. Hier geht auch nicht, ne? Schade. Okay, wir gucken gleich mal nach der Essenz. Und die Nummer drei haben wir. Ach, eine Kiste. Guck dir das an. Jawohl! Ein zweiter Lotus, Leute. Ein zweiter Lotus. Wir können das zweite Portal setzen. Das ist natürlich absolut geil. Oh, das freut mich sehr jetzt. Wir werden nur wissen, wie ich hier wieder rauskomme. Ich glaube, hier geht es hoch, oder? Ja. May, wir haben es geschafft. Üppi. Hier, die Borsten kriege ich auf jeden Fall nicht. Die kriege ich. Oh, wir haben Schwefel, Leute. Jetzt kriegt auf jeden Fall die May dann noch. Dann bin ich jetzt fast gewillt, noch zum Händler zu gehen, noch einen zu kaufen. So, May, komm mal her. Ich finde es gut, dass wir die May jetzt haben. Schwefel. Wo ist denn der Schwefel? Schwarzpulver? Oder wo ist denn der Schwefel? Was ist denn hier los? Ist Schwefel Schwarzpulver? Ja klar, Schwefel. Oh mein Gott. Ja, ja, klar. Aber es wiegt fast nichts, ne? Nö. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Können wir hier das mitnehmen? Sammeln, das sind die Pilze. Sammeln hier. Hier. Hole. Alter, Schwede. Sehr, sehr cool. Das geht wieder nicht. Da brauchen wir eine Aufwertung. Und dann geht es jetzt hier raus für uns. Sehr cool. Oh, es ist ein sehr, sehr geiles, äh, sehr, sehr geiles Spiel. Muss ich wirklich sagen. Alles abgeschlossen. Essenzhändler, da gehen wir jetzt hin. Das haben wir abgeschlossen. Das haben wir auch abgeschlossen. Hier ist die Bas... Die der Einsicht. Wird Vieh hier? Ich verstehe es nicht. Was ist das für ein Tier? Wir müssen jetzt hier runter. Alter, mehr echt jetzt? Das muss der Baum sein, ne? Ganz klar. So, ab zum Essenzhändler. Hier ist noch was. Guck mal, hier liegt noch was. Die nehmen wir mit. Da ist anscheinend jemand durchgelaufen, gerade vor kurzem. Oh, das Gute ist, da können wir die May richtig voll packen. Das ist natürlich richtig geil. Was haben wir denn hier in dem Häuschen drin, ne? Ist gar nichts drin. Schade. Habe ich die jetzt genommen? Ja, ich könnte das hier kaputt machen. Gibt da nochmal Holz. May, bist du da? Unten ist der Essenzhändler. Da gehen wir jetzt einkaufen. Ich möchte das sogar in das Vieh nochmal sehen. Aber ich habe halt voll Panik, dass das irgendwas Riesiges ist. Was uns richtig wehtut. So, Zauber. Alles meines Ertrags, den brauchen wir eigentlich nicht. Infusionen haben wir alles. Die Gegenstände haben wir auch. Weltenkarte, die leichte Schlierkarte. Spielen Sie diese Karte, um sich schneller bewegen. Und sicher in große Höhen springen zu können. Okay, ne, die brauchen wir jetzt nicht. Das haben wir kochen. Überleben den Pflanzdruck. Auf den jetzt nochmal? Jetzt habe ich ihn wirklich. Da wusste ich es letztens nicht. Das Lager haben wir ausruhen, ist klar. Licht haben wir. Regal, nützliches Regal. Leute, geil. Da haben wir unser Regal, worauf wir gebraucht haben. Primitives Holzdach. Kaufen wir auch. Erweiterung sind wir durch. Baut und Primitiv haben wir. Verbesserung. Da haben wir auch alles. Bei den Herstellungsgrundlagen sind wir auch durch. Und Ressourcen brauchen wir nicht. Ich danke dir, Großer. May, schön, dass du gerade hier stehst. Ich habe da noch ein bisschen was für dich. Komm mal her. Zack. Sie hat da kein Gewicht, ne? Es ist so gut, dass sie kein Gewicht hat. Aber nicht sterben, Püppi, ne? Ist das das Vieh? Ne. Ist hier unten, aber da müssen wir jetzt ja hin, ne? Beteiligung abgeschlossen. Das haben wir abgeschlossen. Viehturm ist abgeschlossen. Wir könnten eigentlich weg. So blöd wie es klingt. Wie sieht es denn sensmäßig jetzt aus? 200. Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Wie wir es machen. Gehen wir nochmal rüber. Da haben wir noch die Einsicht. Wir hätten halt diese drei noch hier oben. Wobei ich den halt sehr gerne sehen möchte, ne? Wir rechnen kurz mal. Entschuldigung. Wie viel brauchen wir? 40, 80, ne? Dann haben wir hier 160. Wir haben 200. 160. Den haben wir. Den haben wir nicht. Sind 200. Wir brauchen das Messer noch. Du bist aber auch nicht ganz sauber, oder? Weißt du, dass ich hier stehe? Also, das ist ja dort, also ne. Ja, eigentlich müssten wir noch ein paar Rätsel machen, Leute. Lass uns rüber gehen. Ich möchte auf jeden Fall mehr mitnehmen können. Wir müssen rüber über den Fluss und dann hier hoch, ne? Abgeschlossen die Wendigkeit, aber das haben wir noch nicht. Wir müssen. Das bringt uns ja jetzt nichts, wenn wir jetzt sagen, ey, das machen wir jetzt nicht. Wolltest du nämlich auf jeden Fall alles mit dir. Wenn die May das nehmen kann. Hat er mich jetzt von hinten angestipst hier, du Nasenbär, du Blöder. May, ich danke dir vielmals. Wir nehmen das Fleisch mit. Denn das brauchen wir für die Fasern. Aber wir sind auch jetzt leicht, äh. Es ist nur gut, dass ich nicht im Weg stehe. Bippie. Hey, warte. Ich hab wieder was für dich. Ist so geil, dass sie das alles trägt, ne? Das ist das Geilste überhaupt, ey. Und May, wie siehst du denn eigentlich mit deiner... Nein, lass den Baum, bitte. Er ist dann aber auch der Letzte, ja, Püppi? Du brauchst gar nicht... Nee, 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 Maren. Doch, doch, doch. May, die Holzfällerin. Bist du einen neuen Spitznamen? Komm, Püppi. Los. Wir wollen uns so ein paar Sensen holen und dann geht's nach Hause. Die Map können wir ja erstmal... Wir können uns ja dann von dort aus einfach teleportieren nach Hause. Ich hoffe, dass die May dann halt auch mitkommt, ne? Das wäre jetzt dann aber ungünstig. Wuhu. Vielleicht spielt er ein bisschen Panik im Kettel. Wenn wir uns teleportieren... Muss doch aber... Wir müssen hier hoch. So. Die Licht... Lichtstrahlen. Absolut fantastisch. Wenden gar nicht im Gesicht. Ich komm da nicht hoch. Wo ist das hier unten? Kennen wir das? Das kennen wir tatsächlich. Es kommt mir so vor, als ob ich das erste Mal im Leben sehe. Machst du, Alter, so Geräusche hier. Eieiei. Ach ja, na klar. Da sind wir obendrauf rumgeklettert im Dunkeln. Ja, natürlich. Was haben wir denn? So. Wo ist denn jetzt hier das? Er ist halt mega müde, der Arme, ne? Aber ich mein, das kriegen wir jetzt nicht hier noch hin. Können wir hier schon, oder was? Hier spawnt auch schon wieder gar nichts. Was ist denn das hier? Kann ich das fangen? Ist das Rätselslösung, dass ich die Dinger hier kaputt machen muss, oder was? Ach du Scheiße, okay. Wo ist die Fehlfarbe jetzt hier? Sie hakt halt Bäume, ne? Kann es denn wirklich sein, dass das echt jetzt auf Anhieb mal richtig war? Das war ja geil. Sag mal, haben wir irgendwas für Ausdauer? Widerstand, Seuche, Widerstand, Gift. Mein Großer, du musst da jetzt durch. Ich kann es nie ändern. So, wir müssen in die Richtung. Richtig? Ja. Das machen wir noch da hinten. Diese Besetzung. Und dann geht es heim. Dann haben wir genug da. Und wenn wir Glück haben, können wir ja immer wieder reisen. Dann werden wir die Portale morgen bauen. Zwei Stück. Was überaus geil ist. Das finde ich richtig geil. Ja, hier geht es schon los. Die spawnen oben und unten. Mei. Das waren nur die drei. Das war natürlich dann top. Weil wir müssen jetzt halt echt auf den Kleen gucken hier. Auf den Grantl, dass er das durchzieht. Sehr, sehr cool. Das ist die Frage. Kriegen wir eventuell hier nochmal eine Kiste? Dann haben wir nochmal einen Barren. Sehr schön. Das haben wir dann auch geschafft. Hier lag anscheinend nur der Barren. Da unten ist ein Schwein. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Ich weiß, der G. Bleibt cool. Wir kriegen das schon. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, Junge, Junge, Junge. Das war jetzt schon wieder knapp. Ich glaube, wir haben es jetzt, Leute. Trotz Überschlagung. 230. Sehr gut. 230 ist absolut top. Mehr müssen wir jetzt auch nicht. Wir könnten jetzt sagen, okay, pass auf. Wir machen jetzt den auch noch. Mey, mey. Du, der hat mich gehauen. Mey. So. Du siehst halt, wie lange du brauchst mit dem Hammer, ne? Und Axt hier, zack, fertig, ab. Ja, komm, dann nehmen wir das Fleisch noch mit. Ich überlege gerade, ob der Grandel die eine Besetzung noch schaffen könnte. Wegen der Belohnung halt, ne? Ich bin jetzt gerade so... Naja. Wir werden uns von dort dann ja auch zurück teleportieren. Was ist das jetzt da unten? Entschuldigung. Komm, wir machen die eine Aufgabe noch. Wir haben die Mey dabei. Was soll passieren? Ach, guck, da ist die Kiste. Mey, danke dir. Eine Schatzkarte. Spielen sie diese Karte, um die Schatz auf Essenzen zu erhöhen. Ja, gerne. Was haben wir hier? Leichter Eisdrang. Wiederhersteller Hitzefeuer. Cool. Sie fällt alles, was nur geht hier, ne? Einen größeren hast du nicht gefunden, wa? Mäusle. Nehme ich jetzt noch mit hier. Ich glaube, wenn die Mey bei uns rumrennt, dann fällt die bei uns die ganzen Bäume. Halt. So, ich geh jetzt. Wir machen die eine Aufgabe jetzt noch in der Portmore und zu einem. Die wäre aber hier drüben. Die ist da drüben? Die ist hier drüben. Ich würde sagen, über Wasser sind wir, aber jetzt müssen wir jetzt auch nicht. Aber wir haben halt absolut keine Ausdauer mehr, ne? Der ist halt fix und alle. Das ist die letzte Aufgabe, die wir jetzt machen. Und dann porten wir uns heim. Und dann haben wir einiges am Start. Dann können wir richtig Gas geben. Wird das Schwein gerne umlaufen, wenn es okay ist? Das ist das Ding hier schon, oder? Ja, das ist das Teil. Gut. Ich glaube, du musst die einfach nur berühren. Da gibt es nicht falsch oder richtig. Du musst sie halt einfach nur sehen. Wir haben es. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Gut. Eine einfache Werkbank steht hier halt einfach mal rum. So, Mei, es geht ab in die Heimat. Wo bist du denn? Ich hoffe, sie kommt jetzt mit. Da ich es aber ehrlich gesagt absolut nicht weiß, nehme ich das alles rüber. Auch wenn wir da jetzt fett überladen sind. Ja, ich kann es nicht ändern, Krandl. So, wir gehen auf die Map. Zurück zum Rückzugsreiseort. Möchten sie wirklich ihr Rückzugsreise reisen? Sie verlassen dabei diese Welt und haben möglicherweise keine Möglichkeit zur Rückkehr. Let's go. Das Gewicht des Inventars behindert sie. Die Rückreise wird jetzt vorbereitet. Mei, ich hoffe, du kommst mit. Hältst du dich an meinen Händen? Ja. Das dauert jetzt halt so einen kleinen Moment, glaube ich. Oh, Leute. Wir haben auf jeden Fall viel gekauft. Viel wichtige Sachen. Ich glaube, irgendwann geht es fupp. Ich glaube, es liegt nicht am Gewicht, dass wir jetzt nicht rausreisen können. Ich hoffe, die Mei kommt mit, ey. Passiert was? Die Welt wird vorbereitet. Okay. Oh, wow. Oh, hoffentlich sind wir jetzt gleich zu Hause an unserem Schrein. Und hoffentlich ist die Mei mit dabei. Wir werden, glaube ich, nicht am Schrein stehen, sondern an unserem Rückzugsort, hoffe ich doch. Oh, das wird so cool, wenn das klappt. Weil dann können wir immer wieder rüberreisen. Außer wir sagen jetzt Ende. Wir sind da fertig. Und dann können wir morgen upgraden. Können morgen das Portal bauen. Dann können wir Gas geben. Ich freue mich jetzt schon mega drauf. Das ist jetzt wie, als ob du durch so ein Portal gehst, glaube ich. Wir haben einige Materialien gesammelt. Wir haben das Regal. Da freue ich mich auch schon. Morgen wird man nochmal so schön. Die erste halbe Stunde, wollte ich gerade sagen. Die erste halbe Folge wird man so ein bisschen einräumen. Und dann machen wir uns auf den Weg. Mal gucken, was wir dann anstellen. Wird cool. Ich hoffe, May ist mit dabei. Already? Fortsetzen. Wir sind in der Wüste. Leute, wir sind genau hier, wo wir hinwollen. Es ist so unfassbar gut. Okay, wir machen gleich nochmal Bauholz. Einmal. May ist nicht. Dann ist das dort. Leute, es ist Nacht. Aber May ist nicht da. Ich glaube, May hat es nicht mit geschafft. Doch, May ist hier. Wo ist sie? May? Wo ist May? Sie wird uns auf jeden Fall angezeigt. Ich mache das noch schnell fertig hier. Vierphase. Die lasse ich noch durchlaufen. Dann verabschiede ich mich. Da ist sie. May, Püppi. Hi. So, dann bauen wir. Alter Schwede. Es ist nur noch Stein, Leute. Es ist sonst alles zu. Es ist wirklich nur noch Stein. Nein. Das ist so geil. Ihr Lieben. Wie geil bitte ist das denn gewesen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Und sie fällt uns an Baum. Macht's gut.